Das diesjährige Frühlingserwachen in Pfullingen macht seinem Namen alle Ehre. Bei herrlichstem Wetter und frühlingshaften Temperaturen lud der Gewerbe- und Handelsverein Pfullingen nach zweijähriger Pause zu einem Aktionstag mit verkaufsoffenem Sonntag ein. Neben vielen Ständen in der Innenstadt und in Gewerbegebieten gab es zahlreiche Aktionen für Groß und Klein. Außerdem präsentierten Pfullinger Künstler ihre Werke. Ein weiterer Schwerpunkt waren Bienen. So drehte sich unter dem Motto Be Happy alles um die fleißigen Insekten und um den Gedanken der Nachhaltigkeit.